So, liebe Brüder und Schwestern, sehr geehrte Damen und Herren, wir sind jetzt auf der Rückreise von Freiburg. Wir haben jetzt eine kleine Rast gemacht und waren zur Toilette und es war ein ganz, ganz gesegneter Einsatz. Vielen Dank für die Gebetsunterstützung. Wir hatten heute Morgen noch einen wunderbaren gemeinsamen Gottesdienst mit den Brüdern. Es war einfach wunderbar und wir danken für jede Gebetsunterstützung und jetzt bitten wir darum, dass ihr uns auch weiter im Gebet unterstützt, dass wir gesund nach Hause kommen und vor einer jeglichen Unfallgefahr, Schmerzen, leibliche Schmerzen. Ihr wisst, was so passieren kann, wenn man so länger sitzt, dass ihr uns davor bewahrt. Und darum bitten wir euch und dass der Jesus uns davor bewahrt und dass ihr weiter für uns betet. Wir sind ein wenig kaputt. K.O. Andi will los, ich nehme meinen Tee und dann geht es weiter nach Hause. Danke, Gott segne euch.